Ich werde heute mal mein Gaming-Zimmer weihnachtlich einrichten. Ich habe zwar keine krasse Deko oder so, da habe ich auch ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf, so Deko-Sachen aufzuhängen. Aber ich habe in meinem Zimmer extrem viele LEDs und die können wir alle umstellen. Und zwar würde ich sagen, starten wir jetzt erstmal mit dem Wallpaper rein. Dazu benutze ich die App Wallpaper Engine. Ich glaube, ich benutze einfach als Wallpaper den Cringe, denn dann kann ich die LEDs auf grün stellen. Mein Gaming-Setup-Bereich sah also vorher so aus. Und jetzt nach dem Weihnachts-Update so. Das sieht irgendwie richtig beschissen aus. Ganz ehrlich, scheiß einfach auf Weihnachten. Ich will einfach nur eine geile Gaming-Optik.